Nachdenkseiten Der Iran hat Israel mit Raketen angegriffen. Im ganzen Land waren Sirenen und Explosionen zu hören. Israels Abwehrsysteme schossen Abfangraketen in den Himmel. Die USA hatten zuvor mitgeteilt, dass ein iranischer Großangriff unmittelbar bevorstehe. Die israelischen Behörden riefen die Menschen dazu auf, Schutzräume aufzusuchen. Der Iran teilte mit, der Angriff sei die rechtmäßige, vernünftige und legitime Antwort auf die, Zitat, terroristischen Handlungen Israels. Die USA hatten einen Rätschern und Soldaten. Wenn da ein Rätschern oder Verschmutzung abhängig ist, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 They asked him, what do you think about, what do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that what you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, that they asked him that question. The answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. The answer should have been hit the nuclear first, Vielen Dank.